Hey Leute, wir sind's, die Barschbuben! Hallo! Wir sind an einem sehr heißen, stürmigen Sommertag auf dem Bauliebersee mal wieder unterwegs und haben gerade einen Hechtbist versaut. Hey! Das ist klasse! Aber wir haben Köderfische, wir haben schon einen Barsch gefangen, werdet ihr später noch sehen. Und wir sind sehr guter Dinge. Irgendwie ist unsere Stimmung gut, oder? Ja. Ja, unsere Stimmung ist gut. Alles klar! Wir sehen uns später! Tschöööö! So, die Barschbuben in Aktion am Bauliebersee, Sonnenuntergang. Echt große Fliege. Und da auch von unten. Und jetzt schauen wir mal... Guck mal, wie er abhaut jetzt. Kommen Sie? Ja? Ja, da. Ich darf Ihnen einen schönen Unvergang dahinter. Wahnsinn. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ach, gleich der Vogel. Das ist Alarm. Kommen wir weiter. Ja, da. Ach, das ist so gut. Du hast ja mal recht gehabt, ja? Dass du mich die vorgestellt hast. Ich kann mir fast mal ein Lob aussprechen, aber mach ich nicht vor der Kamera. Ja, das ist so gut. Du hast ja nicht raus, ja. Ohne Dampf kein Kampf. Ja, das ist so gut. 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 Sofa. Und dann. Ja, das ist so gut. Also. Ja, da. Ja, das ist so gut. Ja, das ist so gut.